Herzlich willkommen gute Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab Leute? Ich hoffe ihr habt einen angenehmen Start in diesen Tag. Gucken wir uns mal an. Wir sind gestern in Frankfurt gewesen, haben eine super super interessante Umfrage gemacht. War wirklich interessant. Ihr könnt gespannt sein, wenn das Video rauskommt. Jetzt sind wir erstmal zurück. Wir sind nachts ungefähr um 1, halb 2 glaube ich irgendwann hier angekommen. Aber der Tag sieht schön aus. Wir haben es hier richtig sonnig. Der Kryptomarkt sieht auch wieder etwas grün aus. Wir betteln aber trotzdem um die 20.000er Marke bei Bitcoin. Jetzt stellt sich die Frage, wird es halten oder nicht? Ihr seht, der Kryptomarkt, der pusht ein bisschen nach vorne. Wir sehen hier fast nur grün, egal wie weit ich runterscrolle. Das jetzt einen Tag vor dem Wochenende. Werden wir hier gerade positiv gestimmt, bevor morgen nochmal ein Drop kommt. Und wir dann übers Wochenende in der Luft schweben und nicht wissen, wie das mit der Börse, wie das mit dem FX-Markt sein wird. Und wie es dann letztendlich Montag wieder aufgeht. Aber gucken wir mal, wie das aufgeht. Bitcoin battlet hier. Das ist wichtig. Werden wir hier die 20er Marke halten oder nicht? Die gesamte Marktkapitalisierung ist auch wieder über die 900 Milliarden der Marke rüber. Aber Bitcoins Dominanz lässt hier oben ein bisschen nach. Wir sind bei 43%, bei Tradingview bei 44%. Macht aber auch Sinn, da die Kryptos etwas steigen. Gucken wir uns mal an, was der Fear and Greed Index macht. Wie ist die Bevölkerung so gestimmt? Wie ist das Sentiment gestimmt? Wir sind immer noch bei 11. Hat sich jetzt nichts geändert. Wir sind auch von diesen extremen Bereichen von 6, 7, 8 wieder hoch auf 11. Es ist jetzt nicht wirklich viel besser, aber das zeigt uns auf jeden Fall, dass diese Angst und Nervosität, diese extreme, extreme Angst und Nervosität langsam wieder nachlässt. Und wir ein bisschen mehr nach oben gehen. Diese 20.000er Marke, die bietet so einigen die Sicherheit. Es wird jetzt immer mehr darüber geredet, ob das jetzt der Boden ist, der sich gebildet hat. Sehr, sehr viele schreiben, dass sie jetzt angefangen haben einzukaufen und das auch in höheren Summen. Und da stimmt einige und beziehungsweise auch den Sentiment etwas positiver. Da gucken wir uns ein, zwei Informationen an. Dann schauen wir uns noch einmal in diesem Video an, wie die Marktsituation gerade ist und was wir erwarten können. Vor allem, wie die Geldpolitik gerade agiert, um das Ganze hier unter Kontrolle zu bringen. Aber vorab, liked das Video, wenn ihr es mögt, dass ihr es seht, Leute, und unterstützt diesen Channel beim Wachstum. Okay, das fand ich hier extrem positiv, just in. eBay acquires the NFT Marketplace, no origin IO. Also eBay hat hier einen NFT Marktplatz gekauft und möchte jetzt expandieren im Bereich NFTs. Wenn solche Größen wie, was weiß ich jetzt, Amazon, Google, eBay anfangen in den Kryptomarkt reinzugehen und jetzt erkennen, dass NFTs langsam auch Zukunft haben. Dann sehen wir hier auch jetzt einen großen Konkurrenten zu OpenSea. Und es ist positiv. Es ist sehr, sehr positiv, was hier passiert. Ihr wisst, ich halte nicht viel von NFTs, wenn es darum geht, irgendwelche Affenbildchen zu kaufen, sondern wahrhaftige Anwendungen. Und ich hoffe, eBay bringt eine Art von Anwendungen hier auf den NFT Markt und wird hier nicht einfach nur versuchen, irgendwelche Bildchen zu verkaufen und sich daran eine goldene Nase zu verdienen. Aber gut, wir werden in Zukunft sehen, in welche Richtung das geht. Aber das fand ich hier auf jeden Fall positiv, was hier passiert, wenn so ein Gigant wie eBay hier mit an Bord springt. Gucken wir uns mal an. Das fand ich hier sehr, sehr interessant. Stock Money Lizard hat uns das präsentiert. Und er hat hier die oberen grünen Bereiche als Distributionsphase beschrieben, wo Wale ihre unten akkumulierten Kryptowährungen, die sie hier unten eingekauft haben, hier weit oben zu neuen Tradern distributen. Das heißt, sie den neuen Einkäufern verkaufen und letztendlich so einen starken Dampf verursachen und auch den, den wir jetzt gerade sehen. Und das ist dann hier ungefähr so die Honey Zone. Er hat das hier so markiert mit der unteren Linie. Das ist wieder die Akkumulationsphase, wo wieder angefangen wird, Stärke einzukaufen, damit man irgendwann bei einem höheren Punkt wieder diese günstig gekauften Coins distribuieren kann. Kann man das überhaupt sagen? Distribuieren? Ist das ein Wort? Aber gut, ihr wisst, was ich meine. Und das stimmt halt jetzt so viel auch positiv. Das hört man jetzt überall, dass es jetzt der Boden ist, dass man jetzt hier wieder stark einkaufen kann. Der hat das hier auch mit dem RSI nochmal verdeutlicht und gezeigt, dass das sehr, sehr tiefe Bereiche sind. Im Monatschart haben wir sowieso den tiefsten RSI in der Bitcoin-Geschichte gerade. Das ist Bitcoin im Weekly-Chart, den er hier genutzt hat. Ich habe noch eine weitere Information. Das fand ich halt, das fand ich halt unglaublich. Cryptoary, Shoutout an sie. Sehr, sehr gute Researcherin. Die bringt hier mal super Informationen zu Ripple und XRP. Gucken wir uns mal an. Viele, viele wissen nicht, dass die XRP-Ledger bzw. das XRP die erste DEX war. Das sagt David Schwarz auch hier in diesem kurzen Ausschnitt eines Interviews. Guckt euch das ruhig an, ich werde euch das verlinken wieder. Und viele verstehen nicht, dass ein automatischer Market Maker in der XRP-Ledger integriert werden kann. Was bedeutet das genau? David Schwarz erklärt das hier, weil viele verstehen das nicht. Wenn ich sage, die XRP-Ledger bringt Interoperabilität, sie arbeitet zusammen, sie macht es den Banken, ihre Geschäfte abzuwickeln, leichter. Was bedeutet das genau? David Schwarz erklärt das hier sehr, sehr gut. Wir haben hier erstmal diesen Automated Market Maker, was Decentralized Exchanges helfen kann dabei, beim Arbitrage-Handel einfach einen riesen, riesen Vorteil auch zu gewinnen. Und wir haben einen riesen, riesen Vorteil auch dadurch. Jetzt passt mal auf. Wir haben ja das folgende Problem. Sagen wir mal, Bitcoin wird als Zahlungsmittel von vielen, vielen Ländern anerkannt. Und jetzt will das eine Land sagen, ja, wir bezahlen hier in Bitcoin. Das andere Land hat aber kein Netzwerk aufgebaut, womit sie Bitcoin annehmen können. Die sagen, ja, wir haben kein Lightning-Netzwerk zum Beispiel oder wir haben keine Crypto-Wallets, wo wir jetzt eure Bitcoins annehmen können. Das eine Land sagt jetzt, wir adopten nur PayPal. Und das andere Land spricht da einfach nicht die gleiche Sprache. Die sagt, wir haben aber, wir haben diese Integrität nicht. XRP-Ledger bringt die Lösung für all das. Sie ist interoperabel. Durch die XRP-Ledger kann man Bitcoins, XRP-Bitcoins zu Dollar transferieren. Man kann Dollar zu XRP zu Bitcoin transferieren. Man kann Dollar zu Euro und Dollar zu XRP zu Euro transferieren. Und all das ist möglich, da die XRP-Ledger eine integrierte Dex hat, eine integrierte dezentrale Exchange. Und das ermöglicht dieser XRP-Ledger, solche Art von Transaktionen durchzuführen. Egal, welche Asset-Klasse. Nicht nur im Krypto-Bereich, sondern Asset-Klassen übergreifend. Und das gibt es nur auf so eine Art und Weise über die XRP-Ledger. Und ich glaube, viele, viele, dem das nicht bewusst ist, welche Technologie hier hinter XRP steckt. Es gibt so viele, die feiern Decentralized Exchanges, die sagen, ach, Decentralized Exchanges und XRP ist ein Shitcoin. Die wissen nicht mal, dass die allererste Decentralized Exchange auf der XRP-Ledger lief. Und immer noch läuft. Darum, Leute, ein bisschen mehr damit beschäftigen und verstehen, was für eine Art von Leistung XRP hier überhaupt bieten kann. Und meines Erachtens nach, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr wird man verstehen, dass XRP irgendwann für den Finanzsektor unumgänglich sein wird. Yoshi Takakitao, auch von der SBI, ein riesen Bankkonsortium, der hat sogar gesagt, der hat das auf den nächsten Niveau gebracht, auf die nächste Stufe, hat gesagt, bis 2025 wird jede Bank in Japan XRP für Transaktionen nutzen. Und das ist schon heftig und eine Aussage für sich. Ich warte noch, Crypto Area hat hier eine richtig dicke Announcement, die sie im Bereich Südafrika und Ripple und XRP machen möchte. Wird sie aber im Juli, hat sie gesagt, Anfang Juli rausbringen. Ich bin mal richtig gespannt, was sie da für Informationen für uns hat. Sehr, sehr gespannt. Ich habe hier auf dem Bitcoin Preisschart nochmal was Interessantes erkannt. Das ist der Bitcoin Preisschart in der Monatsansicht. Die orangen Linie ist der 13er gleitende Durchschnittspreis. Die blaue Linie ist der 21er gleitende Durchschnittspreis. Und die rote Linie ist der 44er gleitende Durchschnittspreis. Und ihr wisst, die 44er nutze ich im Monatschart oft, um den Bottom zu erkennen. Und wie wir sehen können, die rote Linie hier, die hat oft nach dem 2013er Bullrun zumindest hier im Kryptowintertief uns den Boden gezeigt gehabt. Wir sind dann mit dem Candlestick einmal sehr weit runter gegangen und haben den hier nochmal öfter angetestet und sind dann zu einem Bullrun hoch. Und das gleiche haben wir auch hier gemacht, das habe ich euch schon mal gezeigt gehabt. Nach dem 2017er Bullrun im Kryptowintertief haben wir genau den 44er auch noch mal angetestet, bevor wir nach oben gegangen sind. Jetzt werden wir uns gleich diese Ansicht hier bei CoinMarketCap angucken. Das ist gerade die CoinPaprika-Ansicht und da sind die aktuellsten Daten noch nicht gezogen. Das ist jetzt vom 5. Mai der Preisschart. Das heißt, das was danach passiert ist, dass wir hier runter sind auf die 17.000er-Bereiche, ist hier noch nicht mit drauf, aber das gucken wir uns gleich an. Ich habe hier nur viel ältere Daten, sonst kann ich bei CoinMarketCap-Ansicht hier die rote Linie bei dem Kryptowintertiefpunkt nicht erkennen, das zeige ich euch gleich. Aber was ist hier genau nochmal passiert? Wenn wir uns den 21er und den 13er als Indikator nehmen, immer dann, wenn sie sich auch gekreuzt haben, waren wir in diesen Bereichen, wo wir den 44er gleitenden Durchschnittspreis auch gekreuzt haben. Oftmals leicht versetzt, aber immer wieder in diese Bereiche reingekommen. Schauen wir uns mal an, auch hier nach dem 2017er-Boran-Top, wo wir einen Kryptowintertief erreicht haben, haben wir auch dort, wo die 21er, die 13er, die 21er nach unten gekreuzt hat, haben wir dort auch einen Tiefpunkt gebildet. Und wenn ich jetzt rübergehe auf die CoinMarketCap-Ansicht, dann sehen wir auch die aktuellsten Daten. Passt mal auf, was jetzt kommt. Und wir befinden uns da auch kurz vor einer Kreuzung. Schaut euch das an. Wir haben hier die 44er schon nach unten gekreuzt, wie ihr sehen könnt, dort. Wir haben bald auch eine Kreuzung zwischen der 13er und der 21er, die nach unten kreuzt. Und das passt halt alles sehr, sehr gut zusammen, dass wir hier im Bereich der Bodenbildung sind. Das RSI hat den tiefsten Punkt erreicht, den wir jemals in der Bitcoin-Historie hatten. Wir sind mit dem Candle Momentum Oscillator auch hier davor, einen sehr, sehr tiefen Bereich hier anzutesten. Und ja, Leute, das ist einfach ein sehr interessanter Bereich. Ich glaube, auch wenn wir hier im Bodenbildungsprozess sind, ich bin der Meinung, dass wir eindeutig dabei sind, einen Boden zu bilden. Aber ich habe früher halt erkannt, dass man nicht zu vorherige Entscheidungen treffen kann und hier Ruhe bewahren muss. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, dass man jetzt hier Gedanken hat und versucht, den tiefsten Punkt nicht zu versäumen. Aber guckt euch das an, auch wenn man den tiefsten Punkt jetzt versäumt hat einzukaufen. Und ihr wisst, ich bin der Meinung, diesen tiefsten Punkt wird man einfach nicht erwischen können, niemals. Aber sagen wir mal, man hat diesen tiefsten Punkt verpasst. Was passiert oftmals? Wir haben immer wieder Backtest. Wir haben den Tiefpunkt hier nach dem 2000er Kryptotief gebildet, sind seitlich geflaggt, den noch einmal angetestet und dann erst zum Buran. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier nach dem 2017er Buran Boden gebildet, sind nochmal hier hoch auf den Golden Ratio, auf die 61,8 und danach nochmal hier bei der Corona-Korrektur noch einmal runtergegangen und diesen unteren Tiefpunkt nochmal angetestet. Das heißt, auch wenn wir den hier verpassen sollten, haben wir oftmals, wenn jetzt ein weiterer Anstieg kommen sollte, einen Backtest, bevor der nächste Buran dann losgeht. Und das Ganze würde auch mit den Halving-Zyklen und den Abständen passen, dass wir um September herum eventuell, wenn wir nach den vergangenen Daten gehen, nochmal einen Backtest hätten von dem Tiefpunkt. Muss aber nicht sein. Wie gesagt, das sind nur Wahrscheinlichkeiten. Das heißt nicht, dass es so kommen muss. Jeder muss jetzt selber für sich entscheiden, welches Risiko er eingeht. Denn auch jetzt, die Einkaufsbereiche sind auf jeden Fall nicht schlecht. Auch wenn wir weiter fallen sollten, es ist nicht schlecht, wann man jetzt einkauft. Denn hier sind gute Einkaufsmöglichkeiten geboten. Warum, denke ich, sind gute Einkaufsmöglichkeiten hier auf dem Markt zu sehen? Obwohl ich der Meinung bin, dass es noch weiter fallen kann, weil wenn der nächste Buran beginnt, wird auch der Einkaufsbereich, wo man sich jetzt befindet, ein Einkaufsbereich sein, wo man extrem früh im nächsten Buran im Plus sein wird. Und noch diese Tausende von Prozenten mitnehmen kann. Darum, keiner weiß, wo der Boden ist. Keiner weiß, wann der Boden kommen wird. Aber das sind schon keine schlechten Bereiche, wo man jetzt einkaufen kann. Gucken wir uns mal an, was der Markt hier macht. Die chinesische Börse, der CS300, hat richtig schön positiv geöffnet. Wieder, wir haben hier eine grüne Kerze, die wir sehen. Der Nikkei 225 war auch positiv, hat hier schön positiv gestartet, hat einen richtig schönen grünen Oszillator gebildet. Mal sehen, der DAX ist noch nicht so positiv. Wir sind hier noch im Rot. Liegt wohl daran, dass der US-Dollar-Index mal einen schönen Schub nach oben wieder gemacht hat. Wir haben einen Bounce bei der 78,6-Marke, sind hochgegangen. Die Geldpolitik der Federal Reserve mit dem Quantitative Tightening, was die gerade machen natürlich, sorgt dafür, dass wir hier ein bisschen Spannung haben beim US-Dollar. Die versuchen das Ganze etwas mehr zu stabilisieren. Die Frage ist halt, wann knickt das ein? Ihr wisst, 78,6, 70,2, je öfter wir diesen Bereich antesten, je öfter wir hier Support sehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass es brechen wird. Und sobald das hier brechen wird, haben wir immer wieder erlebt, dass die Börse einen Aufschwung erlebt, dass der Kryptomarkt einen Aufschwung erlebt. Könnte das dann die Relief Rally sein, die wir sehen, die letzte Relief Rally, das letzte Blow-off-Top in der Börse, bevor ein richtig starker Crash kommen wird? Das ist hier jetzt die Frage. Das können wir nur erfahren, wenn wir geduldig abwarten. Darum Leute, entspannt bleiben, abwarten, wir werden sehen, was kommt und dann so schnell wie möglich darauf reagieren. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag Leute und Crypto Heroes out.